Was hat mir jetzt hier auf Skype geschrieben, ha? Ich kann nicht! Mutter. Klar. Sie meinte, du bist adoptiert und... Was lauerst du da? Keine Ahnung. Oh Gott. Kommst du jetzt bitte? Ja, ich... Ich habe keine Ahnung, wohin ich muss. Ganz weit weg. Ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ähm... Also hier ist Kohle. Hier war ich noch nicht. Gott, Junge. Wart mal. 170. In die Richtung. Ach. Sie sterben. Ich glaube, ich muss da rüber. Ah, ja, ne. Ich bin auf der falschen Seite von der Schlacht. Schön. Alter, nur weil du jetzt hier pennen willst. Ja, mit deinem geilen schönen Trick. Schau hier. Yay. Kannst du bitte hoch, es regnet auch noch. Ich will in unseren... Und, es regnet, hast du Angst vor dem Regen? Ja, ich habe Angst vor dem Regen. Ich habe Angst, dass es so betten nass werden. Pff. Das wäre es auch mal. Dass man krank werden kann dadurch. Ja, das wäre mal irgendwie. Cool. Ja. Ja, Junge, ich habe keine... Ich habe die nächste Steam-Anfrage von irgendeiner Gruppe bekommen. Hi. Fame-Hure. Alter, wo muss ich denn langen? Hier müsste doch irgendwie mal ein Ausgang sein. Ich bin nur in so viele Gruppen, weil ich so wenig Steam-Freunde habe. Wow. Fuck. Ah. Also, ihr müsst jetzt alle als Freunde atmen. Bitte nicht, sonst wird er noch unerträglicher. Ja, okay. Ich habe es geschafft. Ich bin irgendwo runtergefallen und bin genau da gelandet, wo ich hin muss. Das nenne ich Style. Ich kann nicht anders als jetzt so applaudieren, wirklich. Ja. Ich weiß jetzt aber trotzdem nicht, wo ich hin muss. Ah, genau. Hier bin ich. Einmal um diesen komischen Block rumlatschen. Blablabla. Und nein, hier geht es noch nicht hoch. Äh, hier geht es hoch. So, jetzt zeige ich dir doch. Wenn ich bis hier oben bin, wird es wieder Tag. Ja, nee, bis jetzt ist noch Nacht, aber ich glaube nicht, dass es noch lange Nacht ist. Okay, dann springte ich mal lieber. Hier, zack, zack, zack. Mach mal, mach mal die Decke anzuhörer bei der Treppe hier. Ich mach gar nichts. Du und? Ich bin nicht dafür da. Unfähiger Junge. Ich bin nur dafür da, weil da. Junge, was hast du da bitte gemacht? Keine Ahnung, mir war langweilig. Ich hab auch meine Hauptjahre. Junge, was ist das bitte für eine Scheiße? Weißt du, wie viele Schafe da hinten rumstehen? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Betten. Ähm, ich hab noch gewohnt, wolle, um noch zehn Betten zu craften. Oh, Junge, bitte nicht. Junge, oh Gott. Was habe ich mich hier bitte eingelassen? So, ich nehme diese sieben Betten und du nimmst die anderen, bitte. Okay, ich gehe ganz weit weg von dir. Wieso, ich kann doch nicht mehr schlafen, doch. Doch, jetzt kann ich nicht hinlegen. Boah, Junge, Mann. Hat sie es jetzt gebracht? Hat sie eine Bettenkolonie hier jetzt gebracht? Ja, ich werde noch mehr bauen. Nein, baust du jetzt nicht. Du kannst es weiter scharfen. Wolle kannst du ja gerne sammeln. Vielleicht brauchen wir den auch irgendwann, aber. Nein, wir werden gar nichts brauchen. Wir werden auch quasi nichts mit den Äther nehmen. Wir werden nur Rüstung und Essen mit den Äther nehmen. In den Äther. Wie auch immer. Weil sonst ist alles andere Sinn geblöd, mir zu nehmen. Weil ich meine, es gibt ganz viele andere Sachen. Ich weiß schon, ich habe noch keine Ahnung was. Alles. Neue Erbsen, neues Story. Und ich kenne mich so gut. Das wird extrem lustig. Ja. Und ungefähr so lustig wie Minecraft-Spielern zuzugucken, die sich erst einmal Minecraft spielen. Ich glaube, ich lade mir für diese Mod, ähm, wie heißt das, äh, Not Enough Items, Dingens. Was? Ne, äh. Inventory Tweaks, oder was? Ja, er weiß schon, mit dem Rezept-Mode halt. Mhm. Weil sonst... Ich weiß nicht, ob der für ein Ding geht, weil diese Rezepte geht, die da nicht mal irgendwo Minecraft-Forum oder so. Hm, komm her, scheiß... Ja, ich habe keine Ahnung. Hm. Wäre vielleicht ganz hilfreich. Ich kann einfach nur noch kurz gucken, ob da irgendwo... ...rusting-Rezepte gibt. Au, ich bin gar nicht hier tot. Nur deswegen nicht, weil ich es gemerkt habe. Oh, ja, ich wurde gekickt. Wieso denn? Wieso, was machst du, Junge? Ich könnte vielleicht auch meine ganze Internet-Sachen zumachen. Ist hier irgendwo ein Spawner, oder wieso kommen hier dauernd neue Scheiß-Zombies? Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es hier einfach scheiß-Dunkel ist, aber mein Gott. So. Ähm. Ether-2-Mode-Crafting. Minecraft-Crafting. Grüß sie. Ja, mach einfach... ...den Namen vergessen. Das heißt, war irgendwie nach den Nachwaltens oder sowas. Nein, das ist... Minecraft-Crafting-Rezepte für mich. Das ist doch... Das ist doch... Cheaten. Das ist... Nee, das ist... Kacke. Das ist scheiß hier. Na, dahin... Ich weiß nicht, werden zumindest mal ein paar Sachen erklärt. Das ist schon mal hilfreich. Was daran mit den Cheaten, es ist einfach nur eine Gedächtnisstütze. Nein, das ist Cheaten. Na, cool. Jetzt sieht sich in die Seite, die gefällt mir, weil da steht alles drin, was an Items gibt und was sie so bringen, aber keine Craft-Crafting-Rezepte. Ja, die werden vielleicht nicht wie... Äh, nicht wie frech. Oh Gott. Nicht schlecht. So, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Fast eine Stunde. Ja. Vier Parts! Wie die Zeit, okay. Wow. Yay! Vier Parts, in denen wir eigentlich nichts gemacht haben. Doch. Also nichts, was wirklich mit dem Mud-Pack zu tun hat. Ja, aber das war ja zu erwarten, nachdem es eine Vorbereitung ist. Ja. Eine Bettenvorbereitung, oder? Wir haben deine scheiß Betten gebaut. Also du hast deine scheiß Betten gebaut. Ja, also ich hab... Ich, ich, ich... Ich mein, es sind Betten. Ja, aber irgendwie 14 Stück, Junge. Wo war ich Betten gebaut? Du Bettenfetisch ist, Alter. Ja, ich stehe auf Betten. Ich verbring ungefähr 90% meines Lebens in Betten. Ja. Roll dich selbst ein. Naja, mein, mein, mein Computer, mein Monitor, da steht da so geil vor meinem Bett rum, weil ich grad keinen Schreibtisch bei mir im Computer hab. Genau, ich hab keinen Schreibtisch im Computer. Weil ich keinen Schreibtisch mehr im Zimmer hab, gerade. Mhm. Dämpf. Gott, egal. Ich sag lieber nichts. Hasse dich. Ich fang mal eine Farben zu bauen, um auch was hinvolles zu machen. Ja, mach dich, nütz dich, Junge. Bist aufgeräumt. Sei mal nicht so unnötig hier. Weil ich kick dich live in der Michael-Server. Wow, 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 wow. Nicht wegen dem, was du gesagt hast, sondern weil hier irgendwie ich grad attackiert wurde. Und ich hab kein Leben verloren. Okay, jetzt hab ich ein Leben verloren. Ja, klar. Red ich halt aus. Ja, ich hab einen Zahn bekommen. Ein Zahn. Ein Zahn. Ein Zahn. Ja, ich hab meinen ersten Zahn bekommen. Ja, 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 ja. Wie sag ich, kein Schwert mehr? War das kaputt gegangen? Oder weil du es im Klo runtergespült hast. Das wär auch in Eis, wenn man irgendwie so ein Hahn drang und aufs Klo misst. Es gibt ja jetzt so Trichter, die kann man als Klo benutzen. Da kann man Sachen runtergespülen. Ja, ich weiß schon, die heißen so komisch. Du weißt, auf Deutsch heißen sie Trichter. Ja, ich spiel aber nicht auf Deutsch. Ich spiel's eigentlich auch nicht auf Deutsch, aber... Genauso wenig, wie ich Black Ops 2 auf Deutsch spiele. Ich spiel fast kein Spiel auf Deutsch. Außer Spiele, die komplett in Deutsch einstellbar sind, wo es dann auch deutsche Sprachausgabe gibt. Ja, aber sowas wie Minecraft und irgendwelche Shooter Games, die sind einfach auf Englisch viel geiler. Also rein von der... Und Family Guy. Family Guy ist auch auf Englisch viel geiler. Ja. Haben wir Knochen? Hast du Knochen? Ich habe drei Knochen. Ja, die kannst du ja dann geben, wenn das nächste Mal wieder das Licht der Welt erblickt. Das wird wahrscheinlich sein im Sarg. Weil ich hier erstmal nicht raus will. Nein, quatsch. Nein, quatsch. Nein, quatsch. Er will mir das. Du bist doch noch so jung. Ne, das Problem ist eher, dass ich hier wieder nicht raus finde. Außer ich muss raus, dann... Du bist so unfähig. Ich bin hier nicht raus, außer ich muss raus. Nein, ich bin hier nicht raus, außer... Ich bin hier nicht raus, außer ich streng mich wirklich an, nach außen zu finden, das... Ich habe auch einen Knochen, fällt mir gerade auf. Ja, schön. Aber erst mal mich belästigen, ja? Ja, erst mal dich belästigen. So. Alter, hast du eine riesige Höhle, Alter. Also nichts gegen riesige Höhlen, aber da sind wir oft einfach... Du bist ein Rassist, du hast fest, ey. Alter, riesigen Höhlen müssen raus. Ja. Manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass Creeper keinen Schaden anrichten. Alter, ist eine riesige Höhle, wie nice ist denn das bitte? Lass mal ein bisschen es ausleuchten, sonst gehen mir diese scheiß Creeper-Zombies und Endermänner und was auch immer hier drin haust auf die Eier. Die wollen wir eine Eier haben. Wann wollte der Max eigentlich kommen? Max meinte, er kommt dazwischen... Äh... Zwischen... Zwischen... Ähm... Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, zwischen 12 und 1 meinte er. Kanadische Zeit oder Deutsche Zeit? Deutsche Zeit. Wow! Oh Gott, Alter, hier geht gerade echt die Party ab. Also wie gesagt... Schön, dass du Spaß hast. Nein, ich habe keinen Spaß. Negative Party. Oder besser gesagt Rock Party. Hi. Hey, hallo. Hallo. Ja, hi. Hallo. Übrigens, ich habe keine Knochen mehr. Ich hasse dich. Scheiße, warum bin ich... Du bist so unfähig, weißt du, du stehst den ganzen Tag da rum und machst, weißt, 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 was... Was machst du da oben? Was machst du da oben? Du machst 14 Betten. Ja, und ich bemühe mich hier, baue Betten, baue Felder und was machst du? Du stirbst. Ich meine... Anschaffen gehen. Mach mal ein irgendwie schönes Haus, auch wenn es nichts bringt. So, hä? Wo bin ich jetzt da lang gelaufen, ihr Deppen? Ich baue uns ein Haus aus Obsidian. Ja. Ich brauche Zahns Minimap. Da kann man die Death... Brauchst du nicht. Doch, da kann man die Deathpans anzeigen. Ich weiß, ich hatte die Auerlange. Ja, die gibt es in Teckel dabei. Also, da ist ein Teckel dabei, die bin ich jetzt so gewohnt. Mhm. Ja. Ah, hier bin ich ja vorne runter. Warte mal, ich bin auf dem richtigen Weg. Nein, bist du nicht. Schade. Ich sage es mir ungern, aber nein. Doch, doch, doch. Das coole ist, im Ether, da gibt es so Zeug, also so aus Gestein kommt das auch raus. Das braucht man für ziemlich viel Zeug und das kann man auch an den Boden quasi hinsetzen und dann wächst da alles schneller. Boah, bin nicht gut, ich habe mir in Sachen wiedergefunden. Dann wächst dann Zeug halt viel, viel, viel schneller. Also, was quasi wie Bonniel. Ja, bloß, dass du es halt von Anfang an in den Boden quasi reinmachst. Also, quasi Düngemittel. Ja, sozusagen. Düngeer, frische Scheiße. Frische Scheiße. Wieso, ich wollte mich doch gar nicht, ich sterbe jetzt hier gleich wieder, ich sehe es schon. Panik, da ist mein Schwert. Immer natürlich Schwert in der Hand. Okay, ich könnte es jetzt auch bald verstehen, aber egal. Ah, stirb halt. Das klingt sehr interessant, was du da unten machst. Ich komme lieber gar nicht runter, ich, ich, ne, lieber nicht. Auch gut, stieß mir die ganze Show hier unten. Ja. Alter. Oh nein, Minderman, ich habe dich doch nicht angeguckt. Ich habe dir ja noch nicht in die Augen geguckt. Ich habe Kürbisse dabei, falls du brauchst. Äh, ne, danke. Ich gehe mal den Baum hier. Minderman, wieso kreifst du mich an? Wieso kreifst du mich an? Wieso hat mich angegriffen, der Wichser? Ich habe den doch nicht angeguckt. Es ist so toll, Leute, beim Minecraft-Spielen zu hören. Ja. Wenn sie keinen Spaß dabei haben. Ich habe total Spaß dabei, ja, aber ich werde hier voll gemopft. Minderman, ja. Hallo? Ich habe den nicht in die Augen geguckt, diesen Wichser. Du kannst dir die Aufnahme danach gerne angucken. Warte, 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 bist du schon mit der Ton hier gerannt? Idiot, wer hat nicht schlafen können. Scheiß drauf. Ja, ich muss oben arbeiten mit dem ganzen Scheiß. Komm doch auch einfach runter. Keiner zwingt dich. Ich habe nur gesagt, mach dich nützlich. Egal, was du machst. Ja, mache ich doch. Jetzt mache ich mich nützlich und dann... Dann beschwär dich nicht, dass ich dir nicht helfe. Ja, doch, ich beschwär mich, dass ich dir nicht helfe, wenn ich... Du willst mich auch nicht hier unten, ne? Ja, um diese unpägen Arbeit heutzutage. Früher, da... Früher... 1800... Ja, wo deine Großeltern schon... Wo deine Großeltern schon Minecraft gezockt haben. Ja, das war noch Zeit... Da war Minecraft noch. Da war Minecraft noch schwarz-weiß. Ja, genau. Da war es noch so Text... Noch so ein Text-Ding. 2D-Grafik. In schwarz-weiß. So wie alte Zelda-Spiele und so. Super Pixel, das ist so... Ein Charakter ist ein Pixel und... Noch schlimmer als irgendwie... Realm of the Mad God. Als Minecraft jetzt. Ich sehe nichts. Ah! Alter, ich sterbe hier gleich wieder. Ja. Weil du natürlich wenigstens kannst, weil du... Weil du mir noch keine Rüstung gemacht hast. Weil du keine... Weil du kein Eis und sowas mit hier hochbringst. Ja, ich würde ja gerne, aber da ist einfach so eine riesige Höhle. So. Ja, gib halt der Höhle die Schuld. Der ist voll der Rassist. Der ist echt... Ich hab doch gesagt, ich mag keine großen Höhlen. Ja, Rassist. Ich sag dir bloß, es ist die Wahrheit. Nicht, hast du diese scheiß Fledermäuse. Die machen immer so einen ewig hohen Flübston. Hast du... Brauchen wir Gold. Ähm... Lass mal überlegen. Nein. Gold, ich mein... Ja, Gold. Gold ist, wenn du nicht unbedingt ein Schienensystem bauen willst, relativ unnötig. Ja, man kann sich voll coole Waffen drausbasteln, ja. Ich will mir Goldbergzeug drausbasteln. Ja, ich weiß, das klingt richtig bärmert. Goldbergzeug ist so toll. Das ist richtig bärmert. Und das nächste, wenn du hochkommst, kannst du dir bitte ein Bett mit nach unten nehmen? Welches soll ich mir denn mitnehmen? Ähm, das zweite von links, bitte. Weil dann kannst du unten schlafen und... Aber dann hast du nicht mehr so viele. Ja, egal. Kannst du dich echt von diesem einen trennen? Ich kann mir ein neues kratfen, das ist schon okay. Schau dir. Nein, bitte nicht. Nicht noch ein Bett mehr. Oh Gott, du hast ein Creeper. Creeper, geh weg, ich schlag dich mit der Schaufel. Oh, Menno. Okay, was, ich esse ein Dingenskünnerst.